Unser Bericht von der feierlichen Auszeichnung im Amtssitz des Staatsrates. Jetzt kommt's! Arbeiter und Angestellte, Wissenschaftler und Genossenschaftsbauern, Künstler und Veteranen der Arbeit sind heute nach Berlin gekommen, um hier im Staatsrat die höchsten Auszeichnungen unseres Landes entgegenzunehmen. Da bist du, Mama! Und Würdigung außerordentlicher Verdienste beim Aufbau und bei der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaftsordnung. Traditionell am Vorabend des Nationalfeiertages zeichnet das mit KW-SED verdienstvolle Persönlichkeiten aus.